Die glückliche Familie Das größte grüne Blatt hierzulande, das ist doch wohl das Amferblatt. Hält man es vor seinen kleinen Bauch, dann ist es wie eine richtige Schürze. Und legt man es auf seinen Kopf, dann ist es bei Regenwetter fast so gut wie ein Schirm, denn es ist gewaltig groß. Niemals wächst eine Amfer allein. Nein, wo eine wächst, da wachsen mehrere. Es ist eine wahre Pracht und all diese Pracht ist Schneckenkost. Die großen weißen Schnecken, die vornehme Leute in alten Zeiten als Frikassee zubereiten ließen, aßen und dabei sagten, Mh, wie das schmeckt! Denn sie glaubten eben, es schmecke so herrlich. Die lebten von Amfernblättern und deshalb wurden die Amfern gesät. Nun war da ein alter Herrenhof, wo man keine Schnecken mehr aß. Sie waren ganz ausgestorben. Aber die Amfern waren nicht ausgestorben. Sie wuchsen und wuchsen über alle Pfade und Beete. Man konnte sie gar nicht mehr kleinkriegen. Es war ein ganzer Amfernwald. Hier und da stand ein Apfel- oder Pflaumenbaum. Sonst hätte man sich wohl niemals denken können, dass es ein Garten sei. Alles war Amfer. Und darin wohnten die beiden letzten uralten Schnecken. Sie wussten selbst nicht, wie alt sie waren. Aber sie konnten sich gut daran erinnern, dass sie einmal viel zahlreicher gewesen, dass sie von einer Familie aus fremden Ländern abstammten und dass der ganze Wald für sie und die ihrigen gepflanzt worden war. Sie hatten ihn nie verlassen. Aber sie wussten, dass es noch etwas in der Welt gab, das Herrenhof hieß. Dort oben wurde man gekocht und dann wurde man schwarz und dann kam man auf eine silberne Schüssel. Aber was weiter geschah, wusste man nicht. Wie es übrigens war, gekocht zu werden und auf einer silbernen Schüssel zu liegen, konnten sie sich nicht denken. Aber schön sollte es sein und überaus vornehmen. Weder der Maikäfer noch die Kröte oder der Regenwurm, die sie fragten, konnten Auskunft geben. Keiner von ihnen war gekocht worden oder hatte auf einer silbernen Schüssel gelegen. Die alten weißen Schnecken waren die vornehmsten in der Welt. Das wussten sie. Der Wald war ihretwegen da und der Herrenhof war da, damit sie gekocht und auf eine silberne Schüssel gelegt werden konnten. Sie lebten nun sehr einsam und glücklich. Und da sie selbst keine Kinder hatten, so hatten sie eine kleine, gewöhnliche Schnecke zu sich genommen, die sie aufzogen wie ihr eigenes Kind. Der Kleine wollte nicht wachsen, denn er war gewöhnlich. Aber die Alten, besonders Mutter, Schneckenmutter, meinte doch bemerken zu können, wie er zunahm. Und sie bat Vater, falls er es nicht sehen könne, möge er das kleine Schneckenhaus doch befühlen. Und da befühlte er es und fand, dass Mutter recht habe. Eines Tages fiel heftiger Regen. Höher, wie es auf die Ampfern-Trommel-Rommel-Rommelt, sagte Schneckenvater. Es kommen aber auch Tropfen, sagte Schneckenmutter. Es läuft ja nur so am Stängel herab. Warte nur ab, hier wird es nass. Ich bin froh, dass wir unser gutes Haus haben und dass auch der Kleine eins hat. Für uns ist wahrlich mehr getan worden, als für alle anderen Geschöpfe. Man sieht doch deutlich, dass wir die Herrschaften in der Welt sind. Wir haben ein Haus von Geburt an und der Ampfernwald ist unsretwegen gesät. Ich möchte wissen, wie weit er sich erstreckt und was außerhalb von ihm ist. Pah, pah, es ist nichts außerhalb, sagte Schneckenvater. Besser als bei uns kann es nirgends sein und ich habe nichts zu wünschen. Doch, sagte Mutter. Ich möchte wohl auf den Herrenhof kommen, gekocht und auf eine silberne Schüssel gelegt werden. Das ist mit allen unseren Vorfahren geschehen und du kannst dich darauf verlassen. Es ist etwas Apartes daran. Der Herrenhof ist möglicherweise eingestürzt, sagte Schneckenvater. Oder der Ampfernwald ist über ihn hinweggewachsen, sodass die Menschen nicht herauskönnen. Es hat doch auch keine Eile. Aber du eilst immer so entsetzlich und der Kleine fängt auch schon damit an. Ist er nun nicht in drei Tagen an diesem Stängel emporgekrochen? Ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich zu ihm hinaufschaue. Du darfst nicht schimpfen, sagte Schneckenmutter. Er kriecht so bedächtig. Wir werden schon noch Freude an ihm haben und sonst haben wir Alten ja nichts, wofür wir leben. Aber hast du daran gedacht? Wo kriegen wir eine Frau für ihn her? Glaubst du nicht, dass da drinnen im Ampfernwald irgendwo jemand von unserer Art sein könnte? Schwarze Schnecken wird es dort sicher geben, sagte der Alte. Schwarze Schnecken ohne Haus. Aber das ist so simpel und die bilden sich was ein. Aber wir könnten die Ameisen damit beauftragen. Sie laufen hin und her, als hätten sie etwas zu tun. Sie wissen sicher eine Frau für unseren kleinen Schneck. Wir wissen freilich die Allerschönste, sagten die Ameisen. Aber wir fürchten, das wird nicht gehen, denn sie ist Königin. Das macht nichts, sagte der Alte. Hat sie ein Haus? Sie hat ein Schloss, sagten die Ameisen. Das schönste Ameisenschloss mit 700 Gängen. Dankeschön, sagte die Schneckenmutter. Unser Sohn soll nicht in einen Ameisenhaufen. Wenn ihr nichts Besseres wisst, dann geben wir den weißen Mücken den Auftrag. Die fliegen weit umher in Regen und Sonnenschein. Sie kennen den Ampfernwald von innen und außen. Wir haben eine Frau für ihn, sagten die Mücken. Hundert Menschenschritte, von hier sitzt auf einem Stachelbärbusch eine kleine Schnecke mit Haus. Sie ist ganz einsam und alt genug, um zu heiraten. Es sind nur hundert Menschenschritte. Ja, lasst sie zu ihm kommen, sagten die Alten. Er hat einen Ampfernwald, sie hat nur einen Busch. Und dann holten sie das kleine Schneckenfräulein. Es dauerte acht Tage, ehe sie kam, aber das war gerade das Angenehme dabei. So konnte man sehen, dass sie von der rechten Art war. Und darauf hielten sie Hochzeit. Sechs Glühwürmchen leuchteten, so gut sie konnten. Im Übrigen verlief alles still, denn die alten Schneckenleute konnten Zecherei und Munterkeit nicht vertragen. Aber eine schöne Rede wurde von Schneckenmutter gehalten. Vater konnte nicht, er war zu bewegt. Und dann gaben sie ihnen den ganzen Ampfernwald als Erbschaft und sagten, was sie immer gesagt hatten, dass er das Beste in der Welt sei und wenn sie redlich und anständig lebten und sich vermehrten, würden sie und ihre Kinder einmal auf den Herrenhof kommen, schwarz gekocht und auf eine silberne Schüssel gelegt werden. Und nachdem diese Rede gehalten war, zogen sich die Alten in ihr Haus zurück und kamen nie mehr heraus. Sie schliefen. Das junge Schneckenpaar regierte im Wald und bekam eine große Nachkommenschaft. Aber sie wurden nie gekocht und kamen nie auf eine silberne Schüssel. So schlossen sie daraus, dass der Herrenhof eingestürzt und alle Menschen in der Welt ausgestorben seien. Und da niemand ihnen widersprach, musste es ja wahr sein. Und der Regen trommelte auf die Ampfernblätter, um ihretwegen Musik zu machen. Und die Sonne schien, um dem Ampfernwald ihretwegen Farbe zu geben. Und sie waren sehr glücklich. Und die ganze Familie war glücklich. Das war sie wirklich. Musik 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 Vielen Dank.